Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sturffield. So, wir haben unsere Waffen ein wenig aufgewertet. Wir haben zwei Waffen, die beiden haben die gleiche Munition. Sind sehr stark, dann haben wir uns noch eine Silence Waffe genommen. Und wir haben hier noch eine. Also wir haben uns jetzt auf fünf Waffen committet. Die sechste ist, naja, die sechste ist halt unsere, wir, na sag schon, wir betäuben euch. Und ja, wir haben jetzt soweit geforscht, wir brauchen, glaube ich, Magnet-Dioden heißen sie. Was für mich bedeutet, wir gehen nochmal nach New Atlantis und werden hier tatsächlich jetzt alles absuchen und gucken, ob wir irgendwo Magnet-Dioden bekommen. Wir brauchen drei Stück. Und dann können wir die Waffenforschung, das eine, die eine Waffenforschung voranbringen. Ich bin auch am überlegen, ob wir uns nicht noch andere Waffen einfach nehmen. Okay, ähm, eventuell haben wir dort die Möglichkeit noch weitere Waffen-Mods. Wir brauchen 30 Waffen-Mods. Wir bräuchten dann noch einen, ähm, Skill-Punkt. Äh, jetzt muss ich überlegen, ne, das war, da war kein Laden. Hier, Magnet-Dioden. Wir haben diese Sprengsätze uns geholt. Die sind für die Munitionsherstellung tatsächlich wichtig. Und wir brauchen fünf, wie heißt die Munition? Wir müssen mal gucken. Wir brauchen Munition. Schwere Fusions-Munition. Ach, die ist für die drei... Die ist für wie, die Waffen? Für die Waffe? Für die Waffe? Für drei. Wir haben drei Waffen mit schwerer Fusions-Munition. Ach, du, heil ja, bim-bam. Okay. Und dann haben wir 5,5... Äh, 6,5 Millimeter Mi. Und Kaliber 43 Ultra-Mech. Okay. Das sind jetzt die Munitionsarten, die wir überall aufkaufen werden. Ja, mache ich Munition. Das bedeutet, wir haben gesagt... 5,5... Äh, nee, das ist die falsche. Wir brauchen schwere Fusions-Munition auf jeden Fall. Wird gekauft. Kaliber Ultra-Mech war das hier, ne? Die 43er Ultra-Mech kaufen wir auch noch. Und für die MMMI haben sie... Also hier für die MI haben sie keine Munition. Hat sie keine Munition. Ist nicht weiter wild. Ressourcen-Magnetische Diode. Müssten ja dann unter M sein. Haben wir hier nicht. Leider Gottes. Haben wir hier Zünder. Machst du auch nicht. Weil die müssen wir uns tatsächlich auch besorgen. Könnten wir vielleicht irgendwann Munition ordentlich herstellen. Ähm. Dann können wir verkaufen. Haben wir irgendwas dabei? In unserem Schiff haben wir ordentlich was dabei. Sehr schön. Ressourcen. Genau. Hier kleine... Kleine runde Zündladung und große runde Zündladung. Das sind die Sachen, die wir tatsächlich eventuell nochmal brauchen. Um Munition dann herzustellen. Waffen. Ja, wir könnten natürlich gucken, ob wir nicht so eine Waffe auch, ähm, die wir jetzt hier im Schiff haben modifizieren. Fällt mir gerade so ein. Und dann einfach teuer verkaufen. Vielleicht geht das ja sogar. Äh. Ups. Tausend hier. So. Danke. Danke für deinen Besuch. No. So. Terrakop. Nein. Wir könnten direkt nach unten gehen. Weil mehr war hier nicht, ne? Ne. Wir können direkt mal runter gehen. Handels... Das... Äh. Handelsdeck hat eventuell noch Munition für uns. Also der Handelsposten. Aber da überlege ich gerade wirklich, ob wir nicht ein bisschen, ein paar Waffen modifizieren. Einfach. Aufs Teure. Komm, das mach mal. Wir modifizieren jetzt die Waffen fertig. Ähm. Oder die Waffen, die wir jetzt im Schiff haben. Dann nehmen wir uns ein paar, modifizieren die und mal gucken, ob man die teurer verkauft. Oder wie viel die dann bringen. Bei Modifikationen sind... Also Waffen... Der Wert der Waffen steigt ja schon in einem gewissen Rahmen, ne? Schön, dich zu sehen. Ähm. Das bedeutet... Äh. Kommen wir denn... Die kommen ja von hier bestimmt an den Frachtraum ran. Gibt mal ein paar Waffen her. Zum Beispiel... Dich können wir mal verbessern. Wir gucken mal hier die großen Wummen. Oder auch die wären natürlich auch nicht verkehrt. Wir müssen mal gucken. Okay. So. Haben wir noch Waffen dabei, die wir denn abgelegt... Ne, die haben wir ja abgelegt, ne? Ja. Die haben wir abgelegt. So, wir dann mit dich noch. Mh. Waffen, wo wenig Sachen dran sind am besten. Oder so gut wie keine Modifikationen. Die trotzdem gut rums machen. Gucken wir mal, was wir da verbessern können. So. Das war das erstmal. Das werden dann auch die Waffen, die wir erstmal verkaufen. Um dann zu gucken. Wir werden sehen. Ob die sehr viel mehr bringen oder nicht. Man hätte natürlich auch vorher gucken können. Aber wir brauchen halt so die 30... Modifikationen an unseren Waffen. Damit wir die Skillpunkte bekommen. So. Fangen wir mit dir an. Also, der Wert liegt bei 13.000. Standardlauf. Verlängerter Lauf. Geht schon mal in die Höhe. Die Ressourcen haben wir. Kein Problem. Optik. Kein Visier. Klebstoff dürfen wir nicht verwenden. Ah, Klebstoff haben... Wir brauchen Klebstoff. Fällt mir gerade so auf. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir Klebstoff. Den kriegen wir aber, glaube ich, auch bei ihr. Überall brauchen wir Klebstoff. Was soll denn Blödsinn? Intern brauchen wir da auch Klebstoff. Äh, können wir Klebstoff herstellen? Jetzt mal ernsthaft. Können wir Klebstoff herstellen? Kann man hier eigentlich suchen irgendwo? Sehe ich jetzt nicht. Äh, komm, Meg... Äh, nee, das ist aber, glaube ich, auch... Nee, ist nicht alphabetisch sortiert. Oder? Nö. Doch. Nö. Okay, wir müssen Klebstoff einkaufen gehen. Wir können keine Waffen modifizieren ohne Klebstoff. Ach, das ist doch zum Heulen. Jetzt ernsthaft. Ich kriege gerade einen Anfahrt. New Atlantis. Also, Klebstoff, eine der Waren, die wir am wenigsten haben. Bedeutet, überall, wo wir jetzt hinkommen, Klebstoff. Also, wird alles aufverkauft. Es kann nie schaden, mal in der Loge vorbeizuschauen. Ja, schön, können wir dann machen. Aber tatsächlich erst, wenn wir geguckt haben. Also, gucken wir jetzt hier. Dann gehen wir nach unten, kaufen überall. Und dann modifizieren wir die Waffen. Schiffsbau will ich dann auch noch betreiben. Ach, hier bist du. Ressourcen, Klebstoff. Klebstoff. Sehr schön. Du hast elfmal Klebstoff. Das dir fehlt mir schon mal. Das reicht uns theoretisch doch aus, oder? Ja, obwohl eigentlich nicht mal ansatzweise. Wenn man mir vorstellt, dass wir für alles Klebstoff gebrauchen. Sorry, meiner. Handelsgesellschaft könnte auch Klebstoff haben. Ja, wir gehen jetzt hier alle Läden durch. Wunderschön. Ja, ja, glaube ich dir. Tageslicht wird überwertet. Hast du irgendwas? Du hast kleine und große Zündladungen. Kaufen wir die ab. Das ist für Munition später wichtig. Aber Gott, mehr hast du nicht. Könnten noch was an dich verkaufen, aber das bringt mir nicht, weil du hast keine Kohle gerade. Für dich schmuggeln wir nicht rum, ja? Mal sehen. Ich würde ein Angebot sehen. Ressourcen. Du hast auch keine magnetischen Dioden. Das ist halt schade. Den Rest sollten wir in Massen haben. Klebstoff hast du auch nicht. Okay. Aber warte mal. Du hast ja noch was. Was ist denn sonstiges? Dietriche? Nein. Fernglas. Haben wir die Sachen hier verkauft? Glaube ich schon, ne? Hilfsmittel. Würde sagen ja. Also dafür, dass du das hast, hast du magnetische Dioden. Wo kriegen wir die her? Hallo. Zeig mal her, Ressourcen. Kleine Zündladung hast du auch. Wir kaufen erstmal ein paar davon. Das ist aber auch kein Klebstoff, ne? Du hättest Geld. Haben wir noch, äh... Wir haben noch ein paar Notizen, die wir verkaufen können. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld schon mal machen. Okay. Nee. Das machen wir nicht. Was haben wir hier? Nee. Magnetische Dioden. Wir waren jetzt an allen drei Punkten, wo wir noch nicht drinnen waren, war... Ob beim... Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arztstation sowas hat. Oder? Zeig mal. Ich will nur wissen, ob du sowas hast wie magnetische Dioden. Oder warte mal, wir brauchen auch noch Dings. Buh, hier sowas brauchen wir auch noch. Ähm. Da haben wir noch welche. Sehr schön. Ja. Nee. Entschuldigung. Ah, wir können hier nur Hilfsmittel verkaufen. Das ist in Ordnung. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ja komm schon. So, wo sind wir denn jetzt unten? Wir gehen jetzt erstmal Richtung Outlander. Der sollte aber nichts haben. Dann haben wir aber auf der anderen Seite noch jemanden von der UC. Da sollte auf jeden Fall vielleicht sogar Munition haben. Gucken wir mal. Ja, ich suche magnetische Dioden, meine Freundin. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas anderes noch hochkriegen müssen, damit wir da technisch mehr herstellen können. Das kann gut sein. Ähm, Ressourcen. Ähm, Also, zum einen Klebstoff. Oh, du hast gut Klebstoff. Sehr schön. Magnetische Dioden. Eine. Na, toll. Eine bringt mir nicht viel. Ich brauche davon bitte mehr. Aber zumindest eine haben wir schon mal. Okay. Zurück ans Werk. Und ordentlich Klebstoff haben wir bekommen. Auch in Ordnung. Kann ich erst mal mit arbeiten. So. Irgendwas zu melden? Wie gesagt, wenn wir Geld, wirklich Geldprobleme haben oder Geld brauchen, gehen wir einfach auf Planeten und räumen da alles, ähm, ab. Die ganzen Stationen und so weiter, ne? Da sind ja in der Regel irgendwelche... Ach, ne Munition hatten wir drüben nicht geguckt, ne? Ah, okay, ne, das ist nicht das, was wir, aber Ressourcen. Äh... Ne, du hast... Ah, du hast auch nicht. Irgendwas anderes, Ressourcen-mäßiges. Klebstoff. Klebstoff hast du auch nicht. Okay, schade. Können wir aber mal die Notiz verkaufen. Wird schön. Also, man kann sagen, was man will. Alleine die... Informationen der Planeten haben uns locker 100... 100, 120K locker gebracht. Wollen wir noch mal Munition gucken. Hoffe ich. Such noch Mun. Hast du welche? Du hast doch bestimmt welche. So, Munition. Wir fangen mal unten an. Schwere Partikelfusion. Sehr schön. Ähm. Nee, du hast nicht die, die ich brauche. Und wir brauchen den Kaliber 43. Hast du auch nicht da. Schade. Okay. Kann man nicht ändern. Unke, unke. Achso, warte mal. Das wollte ich noch mal gucken. Ich bin grad so ein. Wir haben ja eine Waffe schon ein bisschen modifiziert. Waffe. Die hier. Würde jetzt 3600, ne? 37 bringen, ungefähr. 37. 26. 22. Also, die würden so... Okay, gut. Okay. Müssen wir uns merken. Jawohl, das können wir gleich... Nee, wir suchen immer noch die magnetische Diode. Wo waren wir noch nicht? Magnetische Diode. Ähm. War noch nicht... Drüben. Beim Waffenviertel, ne? Ähm. Ähm. Ah, die werden aber auch nur Waffen haben. Du bist bei der Vanguard, stimmt's? Auch. Stimmt, wir sind sogar noch Vanguard-Mitglied. Fällt mir grad so ein. Ähm. So. Okay. Was ist entchar... Waren wir da noch nicht? Hm. Da könnten wir noch Glück haben. Und hier. Was anderes fällt mir grad nicht ein. Du bist Immobilienbüro? Nö. Master District? Nö. Also, mir fällt tatsächlich nur hier... Der Herren... Also, die drei ein. Ne, obwohl der Herren-Ausstatter, glaube ich, weniger. Da könnte man kurz mal reingucken. Vielleicht haben wir... Ne, obwohl... Ne, der hat ja nur Klamotten. Also, gehen wir nochmal rüber. Mal gucken da nach. Das bedeutet einmal eigentlich hier über den Wasserfall. So. Aber der hatte doch nur... Cheez-Aix. Das war doch eigentlich nur so ein Kaffee-Ding, oder? Kaffee-Haffee? Ey, wir gucken einfach mal. Der hat... Zeig mal, was das... Ähm, okay. Du hast Hilfs mit der... Ja gut, aber das interessiert mich nicht. Das ist eigentlich nur Essen. Danke für den Besuch. Kein Problem. Ich freue mich über jeden Kunden. Nixie Problemski. So. Also, weiter. Ja, der einzige Laden ist noch der Waffenladen. Ich weiß nicht, ob der Ressort... Ob sie... Weil hier ist ja eine Sie drin. Ob sie auch Ressourcen hat. Du, es gibt nichts. Wir finden bestimmt... Okay. Waffen. Wir können ja mal kurz nochmal Luki-Luki machen. Ich habe auch eine Varun-Waffe jetzt im Angebot. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass sie jetzt alle angefangen... Also, dass sie jetzt alle nach und nach die Varun-Waffe im Angebot haben. Ähm. Aber die ist ja neu reingekommen. In das Spiel, ne? Daher kann das schon gut sein. Dass das jetzt, äh... Munition. Wir brauchen... Diese hier. Ähm. Kaliber. Oh, welche waren da? Ultramec war das, ne? Ultramec war das. Und schwere Partikelfusion. Kaliberinfusion. So. Und jetzt gehen wir... Mehr haben wir hier nicht. Wir könnten noch beim zivilen Außenposten gucken. Ob der noch was hat. Aber das glaube ich weniger. Wir gehen jetzt erstmal nach Jameson. Wir haben Klebstoff. Wir haben erstmal Klebstoff. Wir könnten... die Forschung vorantreiben. Aber da ist nur einer. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wir bräuchten also wieder einen Schlange... Ne, einen Injektor. Von solchen Welten bekomme ich nie genug. Ähm. Wir brauchen wieder einen Injektor. Jetzt müssen wir nur den richtigen finden. War das der hier? Ja. Einen davon. Und eventuell... Haben wir ja Glück. Und die Forschung ist fertig. Eventuell. Ist halt nur eine Diode. Die wir jetzt bekommen haben. So. Hilfe. Und wir tragen das Outfit noch. Ja. Perfekt. Na ja. Dann probieren wir es. Mehr können wir nicht machen. Wenn es klappt. Perfekt. Wenn nicht. Dann ist das jetzt so... Magnetische Diode. Ach. Es hat nicht geklappt. Natürlich nicht. Warum soll das auch? Na ja. Dann bauen wir jetzt an unseren Waffen schnell rum. Gucken, ob wir die teuer verkaufen können. So. Warst du das? Ich hab keine Ahnung. Okay. Laser. Wir haben kein Neon mehr? Du willst mich veröppeln. Was fehlt uns denn noch alles? Äh. Äh. Titan. Und hier. Ja. Erhalt. Okay. Standard. Magazin. Standard. Und irgendwas wo. Die können wir gar nicht. Okay. Interne Mods. Interne Mods können wir aber. Das ist doch schon mal. So. Das konnten wir nicht, ne? Griff. Konnten wir aber. Hey. Guck dir auch mal meine Waffen an. Warum? So. 50. Wir haben jetzt insgesamt 50 Waffen Mods gemacht. Das war gerade ein Erfolg, den wir bekommen haben. Laser können wir nicht, weil uns fehlt Neon. Interessant. Und auch das wäre etwas, was wir dann wahrscheinlich uns mal organisieren sollten. So. Warum macht der Kurzlauf das Ganze teurer? Sieben Stück noch. Warte mal. Uns fehlt sogar Helium 3? Oh. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Egal wie rum, ne? Ne. Das können wir noch gar nicht. Ach. Eigentlich so. Theoretisch können wir auch nicht. Wir können dich machen. Oder eine von denen. So. Keine Mod... Hä? So. Jawohl. Wir haben die 30. Aber dich würde ich... Ja, nee. Dann lassen wir es. Dann verkaufen. Okay. Wir lassen es jetzt wirklich. Also Neon brauchen wir noch. Neon war das einer. So. Das war... Wo hat man jetzt gut verkauft? Wir hatten jetzt im Geschäfts... War das das Geschäftsviertel oder das Mastdistrikt? Da bin ich mir nämlich immer unsicher. Bei der Waffenhändlerin. Da können wir wieder mal gut gehen. So. Das bedeutet, wir brauchen hier noch einen Skillpunkt. Schauen wir doch bei Centurion vorbei, um Munition aufzustocken. Aufzustocken. So. Ich will da hinten hin. So. Ist das dieses Centurion, was sie meint jetzt so, wo sie gerne hin möchte? Glaube schon, ne? Upsi. Oder? Gucken wir mal. Ja. Gut. Wir haben Munition, glaube ich, ein bisschen aufgestockt, oder? Ah, doch, ja. Ist ein bisschen hochgegangen. Ein bisschen. Achso, warte mal. Ne, für die haben wir gar nicht eingekauft, ne? Warte mal. Ich glaube, wir haben für unsere... 5,5 Mi hat... Mi hat man, glaube ich, gar nicht gefunden, ne? Die Munition. Kann das sein? Auf jeden Fall müssen wir wieder Missionen machen, wo wir dann Ausrüstung etc. bekommen, weil die wird bald weniger werden. So, okay. Äh, Waffen. Ne, wir gucken nochmal in die... Ja, hat man nämlich hier nicht. Deswegen konnten wir die auch nicht kaufen. Ähm, Verkaufen. Waffen. Ich weiß nicht, ob wir die gemacht haben. Aber die ist, glaube ich, schon... So, warte mal. Wir haben auf jeden Fall eine von denen gemacht. Ich weiß noch nicht, welche. Achso, die Bridge. Doch, die haben wir beide gemacht. Die eine hat 2,2 gekostet. Die eine 2,6. Hat also schon was gebracht. Also, es bringt tatsächlich was, die Waffen zu modden, bevor man sie verkauft. Warte mal. Bist du nicht... Hatten wir da noch einen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall... Haben wir jetzt so viel verkauft, dass... Warte mal, wir können auch aus der Dings verkaufen. Wir haben doch hier bestimmt noch was... Was im Rahmen. Hier, guck mal. Entweder die oder die... Die 41 sind mir jetzt egal. Dann haben wir dich erstmal schon wieder raus. Sehr schön. Dann können wir noch zur UC rüber. Aber da können wir auch theoretisch hinspringen. Finden wir gerade so einen? Oder? Ne, warte mal. Jetzt muss ich... Ne, 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 ne. Wir gehen hier oben rüber. So. Da haben wir... Haben wir da oder haben wir da... Irgendwo haben wir doch hier auch eine Bude, oder? Wie war das so? Und wir guckten, glaube ich, auf das UC-Center. Ich weiß noch nicht mehr, wo unsere Bude war. Ich glaube, untenrum war besser. Das Bildingkonzert von... Okay. Oder war das in dem Tower, wo wir unsere Wohnung hatten? Ne, ist ja die Gelbank. Da wollen wir nochmal hin. Weil da müssten wir... Theoretisch auch nochmal auch gut was an Geld bekommen. So. Und dann ist die Trageopfer mit Schiffsbau beginnen. Sollte es bei deinen Geschäften mit dem Vertrieb... Willkommen, UC. Ein Wunderschön. Ich will mein Geld zurück. Also, in dem Sinne, in dem ich dir was verkaufe. Waffen. Ne, verkaufen. Waffen. Den Revolver haben wir noch nicht mal aufge... Also noch nicht mal richtig aufgewertet. 7, ja. Macht halt gut Bums. Kann man ja noch sagen, ne? Ähm. Ja, was verkaufen wir denn jetzt? Auf jeden Fall dich. Und dann noch dich. Und den Rest packen wir wieder in unser Schiff, hätte ich gesagt. Oh, selbst. Weil du hast jetzt ja keine neuen Ressourcen mehr, ne? Die magnetischen... ...hattest du nicht mehr. Also, Munition... Ähm. Nope. Nope. Und... Was wartet andere? Wir hatten drei damit. Kaliber 43. Ach, warte mal. Was hat denn unsere, äh... Gettling für eine Munition? Fällt mir gerade ein. Wir haben da noch eine Gettling. Äh. Unser Minigun hat... 7, 7, 7. Okay. Willkommen im UC-Vertrieb. 7, 7, 7. Hoffentlich wirst du... Ähm. Hier. Ist das... Ne, ist aber nicht höhlenlos, oder? Jetzt bin ich unverunsichert. Sorry. Muss gucken. Da steht einfach nur 7, 7, M, M. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob das höhlenlose Munition ist. Das ist richtig... Aber 7, 7, 7, M, M ist das doch eigentlich, oder? Seid willkommen, wenn dir das wartet. Willkommen im UC-Vertrieb. Entschuldigung, ähm, dass ich dich so stören muss. Ja, natürlich. Äh. Aber ich will die 7, 7, M, M noch haben. Und dann verkaufen wir dir noch eine Waffe. Und noch eine Waffe. So. So. Okay, gut. Wenn du noch was brauchst, komm vorbei. Noch klar. So, ab zum Hafen, ne? Uh. Schiff bauen ist anstrengend. Und komplex. Und ja, ich... Ich weiß, es gibt Anleitungen dafür. Bis Schiffs bauen? Also, da gibt es genug Leute, die mit Sicherheit schon Anleitungen... Sagen wir mal so, ich habe es, glaube ich, mal gesehen, dass irgendwo jemand schon Anleitungen hatte. Aber man findet auf YouTube mit Sicherheit Dutzende von Anleitungen. Die Frage ist, kann ich mir ein Schiff auch so bauen? Hey, hey, wie kann ich dir helfen? Ja, ich möchte ein Fahrzeug sehen. Angebot. Wo kann ich gleich nochmal Sachen verkaufen? Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Okay, kein Problem. So, kann ich jetzt einfach ein Sch... Ne, hier kann ich... Also... Die Frage ist ja, zum Beispiel, dass... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Schiffstyp ist. B. Ich will aber einen... Oder? Ist das ein Schiff B? Wenn ich hier zum Beispiel aufgehe. Reaktor? A. Interessiert mich ja nicht. Ich will dich einfach nur verkaufen. Ähm. Warte, wenn ich das Schiff einfach komplett zerlege? Und mir einen... Neuen Schiff Bauer. Ähm... Gustav, wir fangen an. Wir brauchen erstmal Strukturen. Was? Es gibt D? Wie? Es gibt D. Oder... Ach, ne, das sind nur die Formen. Okay, okay. Ne, wir brauchen... Wir brauchen erstmal Module. Wir brauchen... Wir brauchen... Technikstation. Was bedeutet Technik? Die Wohnmodule mit Nova Galactic können individuell konfiguriert werden und abgestimmt werden. Ja. Graf, Getriebe, Antriebe, Dogger, Cockpit. Also wir können das Cockpit noch nicht. Wir können aber dieses Cockpit hier. Okay. Okay. Wir brauchen schon mal ein Cockpit. Done. Ja, ist jetzt die Frage. Was ist jetzt hier die Bess... Also sieht zwar aus wie die Bessere... Wie konnte man noch... Wie konnte man noch mal die Höhe versetzen? Space? Ich weiß nicht mehr, wie man die Höhe verschieben konnte. Das stört mich gerade, weil... Okay, warte mal, wir machen... Also das ist erstmal das eine. So, Undocking. Ich hätte jetzt gesagt, wir brauchen auf jeden Fall... Ne, Waffen kommen zum Schluss. Racht. Racht. Raumschiffsdesign brauchen wir dafür. Oh. Okay. Also Raumschiffsdesign wird auch nochmal wichtig werden für uns. So viel steht außer Frage. Und da steht auch die Kapazität dran. Okay, das ist gut zu wissen, weil... Hier haben wir natürlich eine höhere Kapazität. Aber 300 wäre theoretisch auch schon in Ordnung. Ähm... Dogger... Hätte ich... Fast gesagt, wir nehmen den. Dann Antrieb. Antrieb wird jetzt so... Wird natürlich jetzt interessant dann. Aber vorher brauche ich... Treibstoff. Ne, ich brauche erstmal... Triebe. Nein, ich brauche ein Wohnmobil. So. Welche Variante haben wir denn da? Hä? Wo ist denn der Unterschied bei den Varianten? Leer? 3L plus... Was heißt denn leer? So. Ja, ich bin besser. So. Hallo? Warum können wir dich nicht nehmen? Anpassen. Ähm... Ich bin gerade teilweise... Ich sag's so wie es ist... Ähm... Etwas überfordert. Weil ich den Dogger ja schon gerne oben dran hätte. Aber ich gerade nicht weiß... Ah, okay. Jetzt mach das. Der Dogger nehme ich oben dran. So. So. Das bedeutet, wir haben hier ein langes Schiffsteil. Man könnte natürlich jetzt hier noch... Ähm... Zurück. Ein kurzes Schiffsteil mit ranbringen. Wobei die Frage ist... Anlegeplan... Okay. Und was ist jetzt hier... Achso, warte mal. Wissenschaft, Wohnen, Krankenstation... Oh! Da können wir durchgehen. Waffenkammer. Nova Werkstatt. Wissenschaft. Da können wir natürlich auch... Kajüte? Nee. Hm. Das ist ein Anlegeplatz A, B. So. Werkstatt. Nee. Die könnten wir tatsächlich... Warte mal. Wir brauchen... Nee. Wir brauchen andere Sachen. Schilde. Struktur. Ähm. Flügel. Ich hab keine Ahnung. Nova Verkleidung oben. Seite. Oh man. Ich glaube... Das wird... Richtig... Ah ja. Sowas brauchen wir doch, oder? So, 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 so. Antriebsverstrebung. Nee. Flügel. Was macht man mit denen? Ähm. Ich will dich bewegen. Jetzt will ich mich grad verkohlen. Flügel. Flügel. So, den aber auf der anderen Seite. Kann man den G ändern? Ach, mit G ist ändern. Okay. Nee. Warum kann man davon nicht noch einbauen? Also dich. Schwenken. Ja. Control. Maus. Option. Rückgängig wiederherstellen. Duplikat. Anbringen. Äh, warum sollen wir da Waffen anbringen? Du bist... Schotterkomponente sind hauptsächlich Komponente. Mit ihnen kannst du die Form, große, persönliche Silhouette deines Schiffes modifizieren. Okay. Ja. Verstehe ich. Ich brauche aber Verbindungsstücke. Theoretisch, weil... Ähm... Land... Ja... Nee. Ich brauche irgendwas so, wo man von A nach B rüber kann. Bremsantrieb. Äh... Okay. Okay. Ne. So, 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 so kleine Module, mit denen man von A nach B marschieren kann. Hm. Hm. Das hat alle damit nichts zu tun. Waffenhalterung? Nee. Waffenhalterung auch nicht. Äh... Gucken wir mal weiter. Waffenstationen. Was ist das? Landebucht haben wir. Fracht. Ja, das ist nämlich genau das, was ich brauche. Ich brauche... Ich will ja auch ein bisschen Fracht haben. Ne? Ich brauche auch einen Antrieb. Ähm... Cockpit haben wir einen Dogger. Einen Dogger haben wir. Antrieb. Die sehen halt richtig mächtig aus. Ähm... Wie kann ich dich wenden? Wenden? Ah. So. Okay. Gustav Gans. Hm. Antriebsschubmanöver. Antriebshülle. Crewkapazität. Okay. Hä? Eventuell bauen wir davon noch was an. Oder noch ein anderes Antriebssystem, was dann hinten irgendwie noch mit rankommt. Hier so in die Richtung. Na? Das müssen wir dann mal gucken. Ähm... Ah ja. Okay. Das wäre theoretisch, ja. Und dann nach hier hinten die noch ein bisschen so, dass die... Oh, doch, 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 doch. Das könnte in die Richtung gehen. Mit dem Antriebsschub. Der ist halt größer, ne? Raumschiff-Design erster Rang. Ich hab... Dafür brauchen wir Raumschiff-Design erster Rang. Warum steht... Warum kann ich es dann auswählen? Das... Ach. Das ist doch... Dich. So. Okay. Gut. Dann bräuchten wir was... Damit wir die Triebwerke ein bisschen weiter nach hinten machen können. Was ist da? Ne. Ähm... Struktur. Da könnte man doch theoretisch auch... Äh... Also erstmal brauchen wir einen Reaktor natürlich. So. Wo ist denn der? Da. Hallo? Warum können wir dich nicht benutzen? Space? Ah ja. So. Okay. Du bist... Oh. Du bist aber ein fetter Reaktor. Okay. Hülle. Schilde. Max Crew. Sprung-Distance. Okay. Ist Tempo. Masse. Ja. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Also ich muss... Weil guck mal. Wenn ich die Dinger sehe hier. Da kann man natürlich was... Ordentliches ranbringen. Ähm... Ja. Ich bin kein Experte in sowas. Nicht mal ansatzweise... Äh. Halt. Was war das? Löcheln. Nicht einmal ansatzweise. Lagerraum. Crewstation. Passagierplätze. Achso. Da gibt es auch Passagierplätze und Crewstation. Wie Wohnmodule können individuell konfiguriert und abgestimmt werden. Ja. Das habe ich schon gesehen. Aber... Ich weiß immer nicht, was diese Glare bedeutet. Müsste ich mir eigentlich in dem Schiff immer angucken. So. Reaktoren haben wir. Schilde. Wo auch immer ich jetzt das Schildding angebracht habe. Ah ja. Noch nirgendwo. So. Wie konnte man... Wie konnte man... Ich weiß, man konnte irgendwie... Ah. Okay. So konnte man das mit Steuerung. So. Sechs Fehler. Besitzt keinen Grafantrieb. Äh. Schiff hat zu wenig Fahrwerke. Okay. Fahrwerke brauchen wir auch noch. Okay. Ja. Das machen wir... Das wird... Leute. Wenn er jetzt schon fertig ist... Eieieieieiei. Oh. Es gibt noch... Warte mal. Es gibt noch bessere Schilde. Was haben wir da für eins? Das macht Schild 800. Okay. Wir könnten zwei machen. Wäre aber unsinnig. Ähm. Erstmal. Wir lassen das so, wie es jetzt ist. Dann Reaktor haben wir. Schilde. Niveau-Modul. Achso. Wir gehen andersrum. Grafantrieb brauchen wir noch einen. Dann nehmen wir auch den größten, den wir kriegen können erstmal. Schiff hat zu wenig... Hat nicht verbundene Module. Okay. Ich gehe mal davon aus, du meinst das hier. Oh. Guck mal. Schiff hat zu wenig Fahrwerk. Schiff benötigt mindestens ein Treibstofftank. Okay. Ja gut. Das ist klar. Aber das finde ich auch gut, dass sie zumindest sagen, ja, wir brauchen noch das Getriebe. Was ist ein Getriebe? Ein Getriebe? Wie ein Getriebe? Fahrwerk. Achso. Fahrwerke. Ja. Natürlich brauchen wir Fahrwerke. Das ist logisch. Wobei ich da gucke... Einmal da eins ran. Achso. Ähm. Ich baue das jetzt erstmal nur hudimentär irgendwie. Dass das dran ist. Ähm. Und würde es dann halt noch verbessern. Und ausbauen. Erstmal, dass wir die Fehler weg haben. Was? Jetzt hat da schon wieder ein Fehler mehr. Zu wenig Fahrwerke. Okay. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Dann kriegst du noch mehr Fahrwerke. Äh. Wo waren sie denn? Äh. Wo waren denn jetzt die Fahrwerke hin? Treibstoff. Dogger. Fracht. Mir geht's doof. Reaktoren haben wir. Wohnmodul haben wir eins. Graf haben wir. Treibstoff haben wir. Dogger haben wir. Fracht. Was? Fracht? Die Fracht. Wir können keine Fracht. Wieso können wir keine Fracht? Ach. Raumschiffs Design. Ach du Heiderbimmel. Wie viele Tonnen können wir denn damit... Oh. Damit. Oh. Damit kann man natürlich einiges an Fracht. Also Raumschiffs Design wird wohl das nächste sein. Wird mal hoch machen. Wobei die Frage ist natürlich, ob wir das Schiff schon so weit vorbereiten. Wohnmodule. Reaktoren. Module. Ich such grad tatsächlich. Wo ist... Treibstoff. Warum können wir kein... Warum können wir kein Treibstofftank kaufen? Also erstmal weg. Testen. Okay. Schiff umbenennen. Naja, noch nicht. Fließen. Zurück. Ja, Waffen... Waffen interessiert mich nicht. Cockpit ist von der Landebucht nicht... Was? Cockpit ist von der Landebucht aus nicht... Landebucht muss mit dem Cockpit verbunden... Landebucht? Was für eine Landebucht? Okay. So, die Landingbay. Ach, die muss mit dem Cockpit verbunden sein? Ähm... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum? 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 Kann ich denn die Bienen nicht miteinander verknüpfen? Das ergibt sich mir grad... Äh, ich versteh wieso nicht, warum ich das Cockpit... ...mit der Landebucht verbinden soll. Weil eigentlich ist es doch verbunden. Hm. Ergibt sich mir grad überhaupt nicht, ne? Okay. Halt. Oh, Mann. Also, das Bauen ist tatsächlich, find ich, gar nicht so einfach. So. Hm. Irgendwo konnte man noch duplizieren. Option. Duplikat. Variante. Nee. Benden. Ja. So. Okay, die sind jetzt... Okay. Das bedeutet aber auch, Landebucht muss mit dem Cockpit verbunden sein. Das verstehe ich. Alle Module sind... Alle Module müssen sich über die Landebucht... Über der Landebucht befinden. Alle Module müssen über der Landebucht sein? Oh. Okay. Ja, verstehe, verstehe. Ähm. Ja, dass das Schiff immer noch zu wenig Fahrwerke haben, ist mir bewusst. Das bedeutet eigentlich... Wenn hier die Landebucht ist. Ähm. So. Wir können ja unser Schiff auch von unten sehen. Dann hätte ich gesagt, wir bringen hier noch ein Modul an. Weil ich tippe mal, die Landebucht geht hier rein. Deswegen hat er hier keine Verbindung. Ähm. Deswegen brauchen wir hier noch ein Zweier-Wohnblock, hätte ich jetzt gesagt. Und dann nehmen wir... All-in-One-Anlegeplatz. All-in-One. Waffenkammer. Captain-Wohnquartier. Nein. Computerkern. Kontrollzentrum. Krankenstation. Wohnquartier. Wissenschaftslabor. Das hätte ich gesagt. Ach man, hat das schon wieder weggemacht? Wir nehmen das Wissenschaftslabor. Ja. Hallo? Warum geht das nicht? Da würd ich mich jetzt... Oder hab ich's da schon hingepackt? Nee. Aber mach. Also nochmal. Ich brauche das Wissenschaftslabor. Hm. Komm du mal bitte nach da. Sonst macht der das nicht. Eigentlich müsste ich's doch ohne Probleme da unten anbringen können. Oder? Oder die Werkstatt. Geh nochmal die Werkstatt. So. Drei Fehler haben wir jetzt nur noch. Sehr schön. Schiff hat zu wenig Fahrwerke. Ja, dessen bin ich mir auch bewusst. Ähm, deswegen, ja. Oh. Aber genau deswegen will ich dich ja... Duplizieren. Geht das nicht? Warum kann ich dich nicht duplizieren? Farbe schwenken. Option. Hm. Das ist doof. Anbringen. Löschen. Farbe. Okay. Wir brauchen noch Fahrwerke. Nee, Waffen brauchen wir gerade gar nicht. Waffen interessieren mich gerade gar nicht. Wir bauen... Versuchen gerade ein Schiff zu bauen. Leute. Äh, ich seh gerade auf die Uhr. Ich verzweifle gerade. Ähm. Ich würd sagen, wir machen der Schifffeierabend. Und ich versuch das Schiff weiterzubauen. Daher, ja. Danke fürs Zusehen. Und... Tschödelü! 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 Tschödelü!